Moin! Ihr sucht ein abenteuer-taugliches Premium-E-Bike, aber möglichst in leicht? Ich bin Felix aus dem Produktmanagement bei Kalkhoff und das hier ist unser leichtestes Allroad-SUV, das Anti-Slide. Beim Anti-Slide bekommt ihr Fahrspaß pur, denn es ist der perfekte Begleiter für eure Alltagsabenteuer, auch abseits der asphaltierten Straßen. Das Anti-Slide haben wir mit einer Luftfedergabel ausgestattet, damit ihr problemlos durchs Gelände fahren könnt, aber auch in der Stadt gut gewappnet seid, wenn ihr mal einen Bordstein hoch- oder runterfahren müsst. Beim Anti-Slide haben wir uns in der Entwicklung viele Gedanken gemacht, dem Produkt einen hohen Alltagsnutzen mitzugeben. Dafür haben wir viele Anschraubpunkte am Rahmen integriert, sodass ihr vorne ein Front-Carrier-Set nachträglich montieren könnt, am Sitzrohr eine Zusatzbatterie und hinten haben wir den Mix-System-Gepäckträger verbaut, sodass ihr dort auch einfach Gepäcktaschen mitnehmen könnt. Beim Anti-Slide haben wir mit einer Ausstattungsvariante die perfekte Kombination für euch kreiert. Bei der Rahmenform habt ihr die Wahl zwischen Diamant und Wave. Unser Anspruch ist Premium. Deshalb haben wir die Batterie und die Kabel für einen natürlichen, cleanen Look integriert. Wir haben den neuen Bosch Performance Line SX-Motor hier verbaut. Er stellt im Bosch-Portfolio den leichtesten Motor dar und gleichzeitig ist er aber auch sehr stark. Diesen Motor kombinieren wir hier mit einer 400-Wh-Batterie, die 80 Kilometer Reichweite bietet. Um diese Reichweite aber zu erhöhen, könnt ihr eine Zusatzbatterie montieren, die nochmal extra 50 Kilometer Reichweite bietet. Das Bike ist mit einer Shimano 9-Gang-Kettenschaltung ausgestattet. Diese Schaltung bietet euch eine große Entfaltung, um perfekt für Offroad-Strecken oder steile Anstiege gewappnet zu sein. Praktisch ist das Farbdisplay Puglion 200 mit seiner integrierten Schiebegröße. Zudem lässt sich das E-Bike dank des geringen Gewichts auch mal anheben oder tragen, wenn es sein muss. Mit stolliger Bereifung, einem bequemen Sattel und einer Luftfedergabel müsst ihr keinen Kompromiss am Komfort machen. Hydraulische Scheibenbremsen, rutschhemmende Pedalen und ein super heller LED-Scheinwerfer bieten euch maximale Sicherheit auf eurer Tour. Ich finde, das Bike ist ein super Allrounder. Aufgrund des Mix Systemgepäckträgers und der Option, vorne ein Frontcarrier-Set zu montieren, kann ich ideal meine Einkäufe erledigen. Am Wochenende kann ich mit dem Rad aber auch super in den Wald fahren. Falls ihr euch entscheidet, die erste Etappe mit dem Auto zu fahren, könnt ihr dieses Fahrrad ideal auf eurem Fahrradgepäckträger mitnehmen. Aufgrund des geringen Gewichts ist es einfach, auf den Fahrradgepäckträger zu heben und auch wieder runter zu heben. Wie wir das Anti-Slide zu unserem leichtesten Allroad-E-Bike gemacht haben. Wir haben ganz genau bei der Auswahl der Komponenten aufs Gewicht geachtet und wir haben die leichtesten Bosch-Komponenten verbaut. Mit diesem E-Bike habt ihr enorme Flexibilität und vor allem maximalen Fahrspaß. Lasst euch bei einer Testfahrt davon überzeugen. Ihr könnt uns zum Beispiel hier in der Brandworld besuchen und könnt dieses Fahrrad auf unsere Allroad-Teststrecke Probe fahren. Alternativ, schaut beim Händler vorbei.